So, herzlich willkommen zur Opening Bell, beziehungsweise doch zur Opening Bell. Also, das was wir heute Morgen gesehen hatten, nämlich diese positiven Avancen, die der DAX noch irgendwie gemacht hat. Gestern auch die Kursgewinne, das ist alles wieder Schnee von gestern. Die Amerikaner steigen wieder in den Markt ein und sie sind nicht gut gelaunt. Das werde ich jetzt mal ganz kurz mit meiner Kollegin Johanna Krämer in Frankfurt besprechen. Tja, von 13.150 mehr oder weniger ungebremst wieder unter die 13.000-Punkte-Marke. Richtig Neues gibt es nicht. Was ist denn so die Meinung in Frankfurt von den Händlern? Naja, es ist nicht nur die Marke von 13.900 Punkten, sondern die ist mittlerweile auch gefallen. 13.800 Zähler sehen wir jetzt auf der DAX-Tafel. Und klar, wir müssen uns ein bisschen noch gedulden. Wir wissen aber tatsächlich, dass der Auftakt nach dem langen Wochenende in den USA an der Wall Street jetzt erstmal nicht unbedingt so positiv gestimmt ist. Die ersten, nicht die ersten, sondern die mittlerweile errechneten Indikationen für den Dow Jones sind auch deutlich in den negativen Bereich gefallen. Dementsprechend gibt es da wohl erstmal keinen Rückenwind für den DAX. Man hält die Füße still. Es gibt ja neue Brexit-Verhandlungen und auch hier Neuigkeiten, wie es weitergehen könnte. Möglicherweise neu aufgesetzte Verträge auf Wunsch von Boris Johnson. Außerdem haben wir natürlich am Donnerstag noch die EZB-Sitzung. Und da gibt es einige Experten, die gehen davon aus, dass es eine weitere Lockerung der Geldpolitik oder zumindest mahnende Worte geben könnte, was eben den zuletzt relativ starken Euro angeht. Für die Anleger beim DAX heißt das erstmal Tuchfühlung. Das heißt, es geht weiter nach unten und man hält sich wirklich mehr als bedeckt momentan. Tja, das wollte ich natürlich nicht hören. Trotzdem danke, dass du uns da ins Bild gesehen hast. Ja, kann man nichts machen. Dir trotzdem noch einen schönen Tag nach Frankfurt und wir sehen uns morgen. Ist kein Wunschkonzert. Ja, die Kollegin hat ja schon grünes Tuch angehabt, aber es hilft halt alles nichts. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, Dow Future minus 0,7, S&P minus 1,3 und der Tech-Sektor. Da geht es wieder richtig nach unten, angeführt von den Schwergewichten, die den Markt ja in den vergangenen Monaten nach oben gezogen haben. Und jetzt dreht sich das Ganze um und Essig ist gewesen. Und jetzt kriegen natürlich auch die Anleger so langsam ein mulmiges Gefühl. Ich hatte heute Morgen schon mal gesagt, es gibt ja diese Drei-Tage-Regel. Also wenn es zu Abverkäufen kommt oder auch wenn es zu starken Kursaufschwingen kommt, dann muss man immer schauen, okay, erster Tag, zweiter Tag Folgekäufe bzw. Verkäufe und am dritten Tag, wenn es sich dann letztendlich doch nur als Übertreibungsphase herausgestellt hat, dann dreht das Ganze irgendwann in den Mittagsstunden bzw. zum Nachmittag hin und dann setzt man den übergeordneten Trend wieder vor. Denn in unserem Fall würde das heißen, wir bauen nur hier die Übertreibung der letzten paar Tage, Wochen nach unten ab und werden uns dann wieder nach oben langsam arbeiten. Aber so weit ist es noch nicht, das werden wir dann morgen früh wissen. So, schauen wir uns mal Einzelwerte an. Tja, Tesla verliert heute wieder kräftig minus 13 Prozent. Also hier steht noch minus 9 Prozent in Euro gerechnet, das ist der Euro-Chart. Nicht, dass Sie erschrecken. Aber es sieht auch tatsächlich in US-Dollar nicht so prickelnd aus. Minus 13 Prozent geht es hier nach unten auf 356 Dollar, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn man sich jetzt tatsächlich von oben an, also vom Allzeithoch die ganze Sache betrachtet, dann hat Tesla in den vergangenen Handelstagen rund 30 Prozent an Wert verloren. Und das Ganze haben wir mal umgerechnet in Marktkapitalisierung und sind auf den anderthalbfachen Wert des gesamten Volkswagen-Konzerns gekommen. Und wenn man das sich jetzt so ein bisschen vor Augen führt, wenn man sich die Verkaufszahlen von Tesla vor Augen führt, dann kann man durchaus zu der Überzeugung gelangen, ja, da wird jetzt ein bisschen Luft abgelassen und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das ist alles mittlerweile im Kurs drin gewesen, die wirklich hervorragenden Verkaufszahlen im letzten Quartal trotz Corona-Pandemie. Dann natürlich der bevorstehende Aktiensplit, der dann auch durchgeführt wurde, auch abgearbeitet. Das, was sich letztendlich nicht als richtig herausgestellt hat, war natürlich die Überlegung, die Spekulation, dass Tesla in den S&P 500 aufrücken könnte, hätte nochmal für Nachfrage am Markt nach den Aktien gesorgt, ist eben jetzt anders gekommen und das drückt jetzt zusätzlich auf den Kurs. Also ich denke, nach dieser Rakete hier, die wir da gesehen haben, wäre eine Korrektur ohnehin überfällig gewesen und das Ganze, also die negative Nachricht, hat das jetzt so ein bisschen beschleunigt. Schauen wir uns das Ganze in US-Dollar mal an, da haben wir eben aber noch nicht die aktuellen Verluste drin und da geht es hier eben weiter runter und wir sehen, wenn wir uns das Ganze anschauen, es geht ja sehr schnell bei Tesla, also minus 15% und dann drehen wir rum und dann machen wir plus 10% das Ganze innerhalb auch noch von einer Sitzung. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Also natürlich könnte man argumentieren, wenn da jetzt wirklich hier so eine Art Kurs-Einbruch dann so richtig stattfinden würde und die Anleger in Panik geraten, könnten wir vielleicht in den kommenden Stundentagen dann mal unter die 300-Dollar-Marke rutschen und tatsächlich hier diese horizontale Unterstützungslinie, die sich durchaus ausgebildet hat, im Juli, Anfang August noch einmal testen. Schauen wir uns Nikola an, da geht es nämlich genau in die entgegengesetzte Richtung. 25% auf Euro-Basis geht es nach oben. Ich hatte vorhin allerdings schon gesehen, auf Dollar-Basis, also im Dollar-Chart, hatten wir teilweise schon 33%. Wir hatten sogar teilweise 45%. Was ist passiert? Tja, bei Nikola ist General Motors, GM, eingestiegen und zwar mit 11%. Und man hat sich ja die ganze Zeit gefragt, ja, sie haben natürlich dieses tolle Brennstoffzellenauto, den Bachelor, ja, dieses SUV, das sie mal vorgestellt hatten und das ja die Welt ebenfalls verändern soll. Drunter geht es ja momentan nicht mehr vom Anspruch her. Und wir haben uns ja immer gefragt, ja, aber wer soll das Auto produzieren? Sie haben tolle Ideen, aber sie haben keinen Kooperationspartner. Jetzt wissen wir, wer das übernehmen möchte, nämlich bis Ende 2022 eben, hui, jetzt ist mir das Zeige aus der Hand gefallen. Also bis Ende 2022 soll das eben GM sein. Und das ist natürlich genau das, was die Anleger hören wollten, nachdem es ja zuletzt doch sehr ruhig um Nikola geworden ist. Und jetzt, wie gesagt, diese positive Nachricht, die treibt den Kurs kräftig an. General Motors haben wir ebenfalls noch mit dabei, weil, überraschenderweise, die ebenfalls steigt. Ist natürlich ein Riesenkonzern, ja, und traditionsbehaftet. Und vielleicht ist das die Überlegung einfach der Anleger, dass sie sagen, endlich mal einer dieser verschlafenen, großen Autokonzerne, die sehen, aha, wir müssen irgendwas tun. Und die dann einfach mit dem Mut der Verzweiflung, um es so auszudrücken, dann in der Branche zuschlagen. Und jetzt hat es eben Nikola erwischt, die ja ebenfalls davon profitieren. Und für GM geht es hier über die 200-Tage-Linie. Und das Ganze dürfte dann tatsächlich auch auf US-Dollar-Basis, es hat ja schon teilweise stattgefunden, aber wir werden dann sicherlich eine etwas deutlichere Bewegung nach oben sehen. Also, ist ja vielleicht auch so eine Art Vorbild dann für andere Konzerne, die sagen, Mensch, ja, wir würden da gerne mitmischen. Ja, natürlich haben wir auch eigene Technologien, aber um das ganze Stimmungsbild ein bisschen aufzuhören, vielleicht auch aus Marketinggründen, das weiß man ja dann immer nicht, steigen wir jetzt noch irgendwo anders mit ein. Peloton, ja, die haben heute etwas bekannt gegeben, was im ersten Moment natürlich so ein bisschen für Stirnrunzeln sorgt. Also, das Kernprodukt, das ist ja das Fahrrad mit WLAN-Anschluss und keine Ahnung, dann Bildschirm drauf und dann können Sie Ihre Fitness-Einheiten unter Anleitung machen. Dann werden Sie auch noch angetrieben. Ich mag es nicht, ist nicht mein Ding, aber Sie sehen ja, der Kursverlauf zeigt, die Leute finden es total scharf, ja, in Corona-Zeiten eben nicht ins Fitnessstudio laufen zu müssen, sich nicht damit anzustecken und gar nicht erst Gefahr zu laufen. Da kaufen die selbst für diese, ich weiß gar nicht, was die damals gekostet haben, 2200, 2300 Dollar, diese Fahrräder. Und Peloton hat jetzt angekündigt, davon haben die übrigens ganz schön viel verkauft, und Peloton hat jetzt angekündigt, sie werden den Preis senken um 24 Prozent. Das wird natürlich die Nachfrage ankurbeln. Auf der anderen Seite sehen Anleger das natürlich skeptisch, weil sie sagen, das kostet dann am Ende natürlich auch Umsatz. Vielleicht ist das ja auch schon ein Hinweis darauf, dass es mit dem Umsatz, mit der Nachfrage eben nicht mehr so weit her ist jetzt im dritten Quartal BioNTech. Da geht es nicht um die Nachfrage, höchstens die Hoffnung darauf, dass es am Ende zu einem Impfstoff für das Coronavirus kommen wird. Und das Unternehmen hat jetzt bekannt gegeben, dass man zusammen mit dem Partner Pfizer die Studien ausweiten will, um hier endlich mal ein wenig aufs Gaspedal zu treten. Vormöslich hatte ich vorhin gesehen, dass die Aktie gar nicht so schlecht unterwegs gewesen ist, aber es scheint sich gerade so ein bisschen ins Minus zu verdrehen. Was auch damit zu tun hat, diese Begeisterung für das Thema, die Euphorie für das Thema Impfstoff gegen das Coronavirus, beziehungsweise Medikamente zur Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten. Das war natürlich eines der Hype-Themen hier im März. Da sehen Sie, wie es nach oben ging und dann natürlich auch nochmal über die Sommermonate. Es wurde immer mal wieder angeheizt, weil wieder ein Unternehmen gesagt hat, ja, wir haben jetzt einen vielversprechenden Impfstoffkandidaten. Wir sind in die Studien eingetreten, klinischen Studienphasen eingetreten. Wir wollen das jetzt so schnell wie möglich irgendwie rauskriegen. Punkt A, wir haben weder das eine noch das andere zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen. Das ist aber nur der eine Punkt. Aber irgendwann ist halt auch dieser Spannungsbogen, das kennen Sie vielleicht von einem guten Krimi, dann ist dieser Spannungsbogen auch überreizt und dann sind auch die Anleger erschöpft, sagen, es ist ja alles jetzt raus, jetzt müssen wir endlich mal warten, wer dann das Rennen macht. Und das ist jetzt vielleicht das, was wir gerade sehen, so ein Show-Me-Mode bei den Unternehmen, dass es jetzt nur noch darum geht, wer macht das Rennen, wer ist der erste am Markt mit einem Impfstoff, wer ist der erste am Markt mit einem Medikament, wer wird den großen Reibach machen. Boeing wird es nicht sein, erst mal gehören die nicht in die Branche und zum Zweiten gibt es da schon wieder Ärger, denn die amerikanische Flugaufsicht, die wird bei Boeing sich jetzt mal mit verschiedenen Problemen in der Produktion der 787-Baureihe beschäftigen. Nähere Details haben die Behörden nicht bekannt gegeben, aber wir wissen natürlich aus den vergangenen, naja, was sind das jetzt, 15 Monate, 18 Monate. Es sind tatsächlich 18 Monate, aus den vergangenen 18 Monaten wissen wir, es ist nicht das einzige Problem, das Boeing hat. Die 737 Max, das ist ein Problem, die Produktion des gleichen Fliegers ist ein Problem. Weiterhin nicht gelöst die beiden Abstürze, die es gegeben hat, inwiefern da letztendlich noch Boeing zur Verantwortung und zur Rechenschaft gezogen wird und so weiter und so fort. Also weiterhin eine Blackbox und von unserer Seite her weiterhin Finger weg. Microsoft habe ich eigentlich nur deshalb mit dabei. Ich glaube, es war irgendwann mal hier unten, da fand ich die wirklich klasse und das war natürlich super zu sehen, wie die Aktie dann als solides Tech-Unternehmen, wirklich schön breit aufgestellt, dann auch nach oben gelaufen ist. Aber jetzt sehen wir auch hier, wachsen die Bäume tatsächlich nicht in den Himmel und irgendwann, ich weiß, das ist Phrasendrescherei, werfe ich nachher 5 Euro irgendwo in eine Spaßkasse rein. Aber wir sehen es natürlich, irgendwann kippt das Ganze ab, wir kommen von 231, jetzt sind wir so etwa um die 10 Prozent momentan drunter, noch nicht ganz. Das ist sicherlich eine sehr gesunde Bewegung, die wir da momentan sehen und Microsoft neigt ja auch nicht zu diesen Hyperaktivitäten. Das kennen wir ja ganz anders, Tesla ist da nur ein Wert davon. Jetzt geht es eben ein bisschen runter und die Bewertung wird dann mal ein wenig softer. Also insgesamt nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Vielleicht irgendwann, dass wir mal wieder in die Nähe dieser 200-Tage-Linie kommen. Vielleicht werden wir auch idealerweise hier an dieser Unterstützungslinie an der Horizontalen abgefangen. Wenn wir uns das Ganze hier so ein bisschen weiterdenken, könnte das durchaus noch einige Zeit in Anspruch nehmen und dann kann man vielleicht auch wieder mal bei Microsoft zugreifen. Und die, die es noch nicht gemacht haben, die haben dann eine Chance, auch mal etwas günstiger und etwas attraktiver in den Wert reinzukommen. So, jetzt hoffen wir mal, dass das am Ende nicht so schlimm wird, dass das wirklich mit dieser 3-Tage-Regel funktioniert. Ich würde es mir wünschen, für uns alle natürlich, ob es geklappt hat, sehen wir dann morgen mit den Märkten am Morgen. Bis dahin, guten Tag noch, gute Zeit und gute Kurse. Tschüss. Das war's für heute. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ich wünsche dir das auch, gute kurz. Tschüss. ités